Es hätte ein spannendes Spiel werden sollen. Am Ende ein enttäuschender Abend für die Wiener Capitals, doch für den KAC ein erfolgreicher Abend für ein Stadion inzwischen. 5 zu 0 gewinnen die Klangfurter hier in Wien. Wir haben die Stimmen vom Co-Head-Coach Sergio Byrne, Mike Pellegrims und auch von Caps-Kapitän Jonathan Föhrern für euch zusammengefasst. Coach Byrne, eine beeindruckende Nacht für die Wiener Capitals, 5-0 gegen den KAC. Wie war das Spiel von deinem Punkt? Ja, das ist unheimlich. Unsere Wiener Capitals war nicht genug. Wir waren gut, aber unser Puck-Management war nicht gut. Es war einfach eine sehr schwierige Nacht, aber ich glaube Klagenfurt hat uns wirklich gezeigt, was es all ist. Ihr Wiener Capitals muss sich hoch sein und es war nicht genug, also wir werden sicher, dass wir das fixieren und bereit sind. Und wir werden sicher, dass wir uns gut machen können. Auf der Sonntag ist der nächste Spiel gegen Innsbruck, ein schwerer Spieler. Was werden die Pläne für die nächsten paar Stunden? Ich denke, bevor wir uns über die andere Team beschäftigen, wir werden sicher, dass wir uns selbst beschäftigen. Und dass wir bereit sind. Innsbruck, wir wissen, was sie sind. Das ist ein hoher-scoringer Team. Sie können wirklich viel Geld verdienen. Und ich möchte, dass wir uns zurückgehen können. Wir spielen gut defensiv, machen gute Spiele und gewinnen die 1-1-1-Battles, das wir nicht gemacht haben. Es war der 3. Loss in der Reihe. Was hat sich verändert, um sich zurück zu gewinnen? Das passiert in einer Saison. Es gibt Angelegenheiten und Angelegenheiten. Es ist zu schlecht. Ich bin nicht glücklich, weil es waren drei Home-Games. Und wir wollen uns vor unseren Fans zeigen. Aber es ist nicht mein erstes Rodeo. Und ich habe es schon so viele Mal gesehen. Ich versuche, dass wir zurückgehen können. Danke, Coach, und guten Glück für den Sonntag. Danke. Also kurz zusammengefasst, natürlich ein enttäuschender Abend auch für den Coach der Wiener Capitals. Aber er sieht zuversichtlich in die Zukunft. Am Sonntag geht es gegen Innsbruck. Er ist ebenfalls ein starker Gegner, vor allem auch die viele Chancen erzwingen und auch Tore erzielen. Er will auf jeden Fall zuerst auf sich schauen, beziehungsweise auf seine Mannschaft schauen. Und dann erst sich auf die nächsten Gegner vorbereiten. Jürgen-Ferland, disappointing night. 5-0 loss gegen Klagenfurt. Wie war es der Spiel von deinem Punkt? Ich denke, wir hatten ein guter Start in der ersten. Es war ein guter Spiel in der ersten. Both teams waren sehr gut. Aber dann haben sie ein sehr schnelles Goal in der zweiten. Und dann waren wir 3-0. Und dann ist es schwierig zurück. Aber dann waren sie viel besser als wir. Und dann haben wir heute noch keine Frage über das. Klagenfurt war die bessere Team auf dem Eis. Offensiv, defensiv, ein-on-one, face-off, überall. Und er hat die Schmerzen gezeigt. 5-0 ist das erste Mal, dass wir so ein Beating bekommen haben. Aber ich denke, es ist gut für unsere Team. Es ist gut für unsere Team. Es ist egal, was wir haben heute gemacht. Es ist ein ganz neuer Start. Die nächsten drei Monate sind sehr groß. Und alle wollen gewinnen. Wir müssen bereit sein, um alle Nacht zu spielen. Und heute haben wir gewonnen. Ansony, das nächste Spiel gegen Innsbruck. Ein weiterer schwerer Spieler. Was sind die Pläne für die nächsten paar Stunden? Ich denke, wir wissen, dass jeder Spiel wird schwer sein. Und wir müssen uns auf uns selbst und auf unseren Spiel. Wir müssen sicher, dass wir bereit sind, dass wir bereit sind, um 60 Minuten zu spielen. Weil, wenn wir auf die Pläne für die Pläne für ein-on-one. Es ist ein vieles Ein-on-one. Die Körner, die Sie in der Battle, die Sie gegen die Netze sind. Dann müssen wir viel mehr machen, um zu sein, um zu sein. Und wir müssen uns zu regroupen. Und wir müssen sicher, dass jeder diese Spiel auf die Pläne und lernen. Denn es gibt vieles zu sehen. Wir haben heute eine sehr gute Team, die uns zu spielen. Und die waren bereit, um zu spielen. Und wir wissen, was zu tun, um zu gewinnen. Und wir müssen es einfach passieren. Es war der dritte Loss in der Reihe. Was hat sich verändert, um zu gewinnen? Ich meine, wir sind nicht. Ich bin nicht auf die Wins- und Losser. Ich bin nur auf unsere gesamte Spiel. Und es war nicht gut genug, um zu erreichen. Und wir müssen sicher, dass wir in der nächsten Spiel, dass wir unser Spiel spielen und wir spielen. Und wenn wir das machen, dann haben wir mehr Möglichkeiten, zu sein, als nicht. Und unser Fokus muss auf das jetzt sein. Danke und wir wünschen uns guten Glück für Sonntag. Danke. Mike Padergrimms, am Ende 5 zu 0 KAC gewinnt gegen Werner Capitals. Wie war das Spiel aus Ihrer Sicht? Na gut, wir haben den Jungs erzählt, um hier zu punkten, muss jeder Spieler seine beste Leistung bringen. Und das haben wir heute gemacht. Von Torhüte bis Verteidiger nach Stürmer. Und das war eine sehr kompakte Leistung von der Mannschaft. Aber nochmals, ob du 5 zu 0 gewinnst oder 3 zu 2 oder 2 zu 1. Am Ende sind es nur drei Punkte und wir sind froh über die Punkte und mehr nicht. Hand aufs Herz, haben Sie so ein hohes Ergebnis erwartet? Nein, nein, aber das kann so mal passieren in der Saison. Ob das jetzt in unserem Vorteil ist oder Nachteil, das sind Sachen, die passieren. Aber am Ende nochmal, es ist entweder ein Sieg oder ein Verlust oder das verloren. Und wir müssen weiter denken am Sonntag. Haben Sie irgendwelche negativen Sachen auch heute in diesem Spiel gesehen? Oder sagen Sie, das war ein fast perfektes Spiel? Na gut, es sind immer Sachen, dass wir uns verbessern können. Aber das lassen wir intern. Okay, am Sonntag geht es dann gleich weiter. Was kann man sich jetzt vom KAC noch erwarten für die restliche Zwischenrunde? Erstes, was wir heute gebracht haben, dass es unsere Basis ist. Und von da aus müssen wir weiter arbeiten und weiter die Sachen machen, was wir heute gemacht haben. Und dann werden wir uns einstellen und vorbereiten auf Linz. Vielen Dank und viel Glück am Sonntag. Dankeschön. Das war es also. Die Vienna Capitals verlieren zum Auftrag der Zwischenrunde gegen den KAC mit 5 zu 0. Von meiner Sicht bleibt nur noch zu sagen, ich wünsche einen schönen Abend und wir sehen uns nächsten Freitag, wenn es heißt, Vienna Capitals gegen HCP Südtirol. Danke. Vielen Dank.